Seit 2017 zocke ich oder zocken wir jetzt schon auf der Nintendo Switch und es gab auf der Switch einfach wirklich jede Menge richtig, richtig gute Games. Welche meine 10 liebsten Nintendo Switch Games sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Tag zusammen und herzlich willkommen im Mökus Kosmos. Ja, ich habe mir heute extra meinen Cappy aufgesetzt, weil heute geht es mal um die Nintendo Switch, die da auch schön prominent im Hintergrund platziert ist. Ja, ich habe die Nintendo Switch seit dem ersten Tag tatsächlich meinen eigenen nennen dürfen. Also irgendwann im März 2017 war es, als die Switch zu mir nach Hause kam und ich habe seither mit ihr unzählige richtig vergnügte Stunden verbringen dürfen. Und ja, sie ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Nicht nur hier in meiner Gaming-Höhle und vor allen Dingen auch in meiner Familie, weil die Nintendo Switch tatsächlich auch die mit Abstand am meisten benutzte Konsole, von meiner Tochter ist und auch von meiner Frau tatsächlich und ja, von mir nicht unbedingt, aber ich spiele auch ganz, ganz viel auf ihr. Und ja, große Erfolgsstory, die hat sich Stand heute so ungefähr 140 Millionen Mal verkauft. Also der Verkaufsrekord von der PlayStation 2, der glaube ich so bei 155 Millionen verkauften Einheiten liegt, der wackelt ganz gewaltig. Und die erfolgreichste Nintendo Konsole, wenn man dann da von einer Konsole sprechen möchte, der Nintendo DS ist auch nicht mehr so ganz weit weg von den Zahlen her. Und naja, das konnte man gar nicht so absehen, nachdem die Wii U wirklich sehr, sehr schlecht sich verkauft hatte. Also die Switch hat sich tatsächlich zehnmal so viel verkauft wie die Wii U tatsächlich. Und naja, woran liegt das? Natürlich, es ist ein tolles Patent mit diesem stationär und Handheld-Modus quasi, dass man da on the fly quasi wechseln kann. Das macht schon eine Menge aus, aber natürlich die geilste Konsole nützt dir nichts, wenn du nicht auch richtig gute Spiele hast. Und da muss man einfach mal sagen, hat Nintendo richtig rausgeballert jetzt seit 2017. Also was die da an Games auf die Switch gebracht haben, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und um diese Games soll es jetzt hier heute gehen. Ich habe mir jetzt mal meine Top Ten Nintendo Switch Games hier zusammengesucht. Und ja, ich habe so ein paar Kriterien mir auferlegt quasi. Zum einen habe ich jetzt tatsächlich in diese Liste nur First-Party-Games reingenommen. Also Spiele, die von Nintendo selber für die Switch gekommen sind. Und zum anderen habe ich mich darum bemüht, pro Franchise nur ein Spiel mit reinzunehmen. Also ihr werdet jetzt hier nicht 3D-Mario-Jump'n'Runs irgendwie finden oder so. Und ich habe mir tatsächlich auch keine Ports in dem Sinne mit reingenommen. Also jetzt zum Beispiel die Games, die dann auf die Switch gekommen sind von der Wii U. Die habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht mit reingenommen. Also das sind so meine Auswahlkriterien so ganz grob. Und wir fangen jetzt mal an mit einem oder mit meinem Platz Nummer 10. Mit einem Platz Nummer 10. Oh mein Gott. Mit dem Platz Nummer 10. Und zwar ist es bei mir geworden. Kirby und das vergessene Land. Und ja, das überrascht mich selber, glaube ich, am meisten, dass dieses Spiel überhaupt in meine Top 10 gekommen ist. Weil ich mich, bis dieses Spiel erschienen ist und ich Hand an dieses Spiel gelegt habe, nun wirklich nicht einen Kirby-Fan nennen durfte. Ich habe das klassische Kirby auf dem Game Boy seinerzeit gespielt, auf dem Classic Game Boy. Fand das ganz okay, aber jetzt irgendwie auch nicht so dolle. Und dann habe ich auf dem 3DS nochmal Planet Robobot gespielt. Das hat mir irgendwie so gar nicht gefallen, muss ich sagen. Und ich glaube, das war es dann auch so für mich, was Kirby Games angeht. Ich habe Kirby dann noch als Charakter in Smash Bros. Ultimate kennengelernt. Aber ansonsten, ja, ich mochte Kirby selber nicht. Der war mir irgendwie schon wieder zu süß und zu quietschbunt. Ich mochte die Steuerung nicht, war immer ein bisschen träge. Ich mochte das auch nicht, dass man so viele Fähigkeiten von seinen Gegnern irgendwie aufsaugen konnte. Also bei Planet Robobot, das war irgendwie so ein Overkill an Fähigkeiten und Eigenschaften, die man dann von seinen Gegnern übernehmen konnte. Und irgendwie hatte das nie so wirklich bei mir gezündet. Naja, und dann hatte Nintendo halt das allererste 3D-Kirby angekündigt, nämlich Kirby und das Vergessene Land. Und da damals gerade so ein bisschen Ebbe war auf der Switch, habe ich gedacht, ach komm, nimm es mal mit, guck sie mal rein. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil das Spiel wirklich einen, ja, einen richtig guten Flow hat, muss ich sagen. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ich mochte die Level, die waren von einer angenehmen Größe. Man konnte so ein bisschen auch erforschen und erkunden, aber auch nicht zu viel. Ich mochte das mit den Fähigkeiten hier tatsächlich deutlich lieber. Es waren immer noch relativ viele Sachen, gerade die du auch so von deinen Gegnern noch so übernehmen konntest. Und dann gab es ja auch noch diese Vollstopffähigkeiten, wo Kirby sich dann ein Auto irgendwie in den Wands geprügelt hat und du dann selber als Auto da durch die Gegend fahren konntest. Oder so ein Getränkedosenautomaten oder einen Pylonen und so weiter. Also ich hatte das da an der Stelle aber nicht als stören, sondern als sehr kreativ empfunden. Und fand dann auch ganz cool, wie sich das Gameplay technisch dann so ausgewirkt hat und wie man das dann hier alles so umgesetzt hat. Ja, die Stages fand ich auch ziemlich cool. Ich habe es glaube ich nicht ganz zu Ende gespielt, bin aber glaube ich in der letzten Welt gewesen, wenn ich das noch richtig weiß. Und habe mit Kirby und das Vergessene Land auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt und habe mich jetzt so ein bisschen angefreundet hier mit dem quietschrosanen Freund hier. Und bin mal gespannt, was das nächste Kirby Game sein wird. Ich denke mal, da werde ich dann auch reinschauen und mal gucken, ob mir das so gut gefallen wird wie Kirby und das Vergessene Land. Ja, auf Platz 9 haben wir jetzt zum ersten Mal den Klempner, den ultimativen Klempner, das Nintendo-Maskottchen. Aber jetzt nicht in einem Jump'n'Run, sondern ich habe jetzt hier auf Platz 9 Paper Mario The Origami King. Das war für mich das erste Paper Mario Spiel. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel gibt es bisher? Sind es vier? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich habe mir den Ableger für die Wii U damals gekauft. Colorsplash hieß der ja, glaube ich. Da habe ich aber nicht reingeschaut. Ich habe natürlich auch von die Legende des Ionentores gehört. Zu dem Zeitpunkt, bevor hier Paper Mario und The Origami King rauskamen, gab es das aber nur für ein Gamecube und da auch schon zu exorbitant hohen Preisen. Naja, und habe auch irgendwie so gedacht, okay, Mario, nicht so als Jump'n'Run irgendwie. Boah, hast du da Bock drauf? Ich weiß ja nicht. So ein bisschen mehr mit RPG-Elementen und so und rundenbasierten Kämpfen und ach, keine Ahnung. War da sehr, sehr skeptisch und habe dann aber The Origami King mal eine Chance gegeben. Und es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe das Spiel, glaube ich, so 40 Stunden gespielt. Auch das leider nicht durch, aber ich glaube, ich war da auch in der letzten oder vorletzten Welt und bin da wirklich sehr weit gekommen. Und ja, erstmal muss ich sagen, so vom Stil her, auch vom Level-Design her und so, ist es schon ein typisches Nintendo-Spiel im besten Sinne, muss ich sagen. Weil es hier trotzdem auch eine Menge zu entdecken gibt und eine ganz, ganz Menge, eine große Menge an spielerischen Details und so, die man dann hier so entdecken kann. Ist ja auch ganz cool, dass man die Areale dann halt auch selber so ein bisschen zu Fuß bereisen kann. Und ja, wie gesagt, auch mal versteckte Pfade und versteckte Eigenschaften, hätte ich fast gesagt, versteckte Gegenstände und so, da finden kann. Also das hat mir immer eine Menge Spaß gemacht, mich dann da überall umzuschauen. Und ich habe mich tatsächlich auch mit dem Kampfsystem arrangiert. Das war so das größte, ja, das größte Hindernis, was ich so gefühlt im Kopf irgendwie hatte, wo ich mir dachte, okay, das wird dir wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber nee, war ganz okay. Also ich muss sagen, dass die Standard-Gegner mich jetzt nicht so wirklich gefordert haben. Bei den Boss-Gegnern, da musste ich tatsächlich dann schon mal so ein bisschen gucken, welche Strategie ich da anwende und so. Also das hat ein bisschen länger gedauert. Bei den Standard-Gegnern fand ich es aber ganz cool, so ein bisschen herauszufinden, wie ich dann meine Attacken so perfektionieren kann. Also du bist ja dann in dieser Arena auf diesen Drehscheiben, wo dann die Gegner angeordnet sind und du musst erst mal gucken, dass du sie nach Möglichkeit in eine Reihe drehst und dann kannst du so Kombo-Angriffe machen und so. Also da haben die echt ein schönes, fluppiges Kampfsystem so entwickelt. Hat mir doch eigentlich eine Menge Spaß gemacht und hat mich nicht gestört. Also da war meine Befürchtung Gott sei Dank unbegründet. Ja, ich fand es ein bisschen lang, deswegen habe ich es wahrscheinlich dann auch nicht durchgespielt. Aber nichtsdestotrotz, ja, bin ich jetzt ein Freund der Paper Mario Reihe. Wird eigentlich mal Zeit, dass ich mir mal ein weiteres Paper Mario Spiel anschaue. Ich habe mir tatsächlich auch für die Switch jetzt die Legende des Ionentores geholt. Vielleicht sollte ich da demnächst mal reinschauen. Aber ja, Paper Mario The Origami King ist bei mir auf Platz 9. Ja, jetzt auf Platz 8 kommt einer meiner liebsten Nintendo Charaktere. Also wenn ich jetzt mal so überlegen würde, meine drei liebsten Nintendo Charaktere, dann wären das wahrscheinlich Luigi, Captain Toad und Yoshi. Und ja, Yoshi's Crafted World ist jetzt hier bei mir auf Platz 8 gelandet. Das Spiel kam ja auch relativ früh im Zyklus der Switch raus. Das müsste wahrscheinlich 2018 gewesen sein. Hier steht 2019 drauf. Okay, doch ein bisschen später, als ich das so im Gedächtnis hatte. Aber immer noch relativ früh auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dass ich da eine riesengroße Vorfreude drauf hatte. Also den Trailer, als ich den gesehen habe, hatte ich instant Bock auf das Spiel. Und habe mir das dann auch Day One gekauft und das Day One gespielt. Und fand es richtig, richtig gut. Das ist ja so ein schöner 2,5D-Plattformer, sage ich jetzt mal. Weil du kannst ja auch so ein bisschen in die Tiefe, beziehungsweise du kannst ja auch ein bisschen hinter die Kulissen dieser Papp-Welt. Hier in dieser Welt ist ja dann wirklich alles aus Pappe irgendwie gestaltet und zusammengeklebt und so weiter. Und du kannst dann halt auch die Level dann quasi auch auf der Rückseite spielen. Was auf jeden Fall eine ganz coole, clevere Spielmechanik ist. Und ja, ansonsten haben wir hier wirklich grundsolide, im besten Sinne, Jump'n'Run-Cost bekommen. Also ja, die Level waren jetzt nicht so schwierig, wenn du dann aber irgendwie alle, ich weiß gar nicht, mehr ging es jetzt hier nur um diese Blumen. Ich weiß gar nicht, gab es ja auch diese großen Blumen einzusammeln. Aber ich weiß noch, Edelsteine auf jeden Fall waren ein Thema. Also es gab auf jeden Fall so Collectibles und einige davon waren auch gar nicht so leicht zu bekommen. Also da wurde das Spiel dann so ein bisschen schwerer. Ansonsten war es halt so vom Schwierigkeitsgrad her, was wie es so bei vielen Nintendo Games ist, dass man leider nicht oft sehr gefordert wird. Und dass es dann so ein bisschen vor sich hin dümpelt manchmal. Und im besten Sinne oder wenn es richtig gut läuft, dann hast du halt einen schön angenehmen Flow. Aber jetzt ohne große Herausforderungsspitzen, sage ich mal. Und so war es halt auch bei Yoshi's Crafted World im besten Sinne auf jeden Fall. Also ich mochte wieder das verspielte, kreative Level-Design, ganz typisch von Nintendo. Auch an dieser Stelle hat mir eine Menge Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, diese Idee mit dieser Pappmaché-Welten und dass man die Vorder- und die Rückseite so ein bisschen bespielen kann. Was mich ein bisschen gestört hat am Ende, ich musste ein bisschen Backtracking vornehmen, weil ich bin nicht mehr ganz sicher, was man hier einsammeln musste. Ich habe irgendwie sowas wie Edelsteine im Gedächtnis und du brauchtest dann immer eine gewisse Anzahl von Edelsteinen, um an gewissen Stellen dann irgendwelche Portale aufzumachen, damit du dann halt in der Welt oder in den Leveln weitergehen konntest. Und ich weiß noch, so gefühlt die ersten, ja, 80 Prozent des Spiels war das gar kein Problem. Und so am Ende habe ich dann aber tatsächlich ein bisschen zu wenig gehabt und hätte dann halt nochmal in andere Level wieder zurückgehen müssen und die ein zweites Mal spielen müssen. Da hatte ich dann nicht so Bock drauf. Deswegen habe ich auch das Spiel mal wieder, ne, mökotypisch, nicht ganz bis zu Ende gespielt. Möchte ich aber auf jeden Fall nochmal nachholen, weil mir das echt eine Menge Spaß gemacht hat. Und Yoshi ist halt auch so ein Spielcharakter, ne, wenn der irgendwie auf dem Screen unterwegs ist. Ich habe die ganze Zeit immer so ein angenehmes Grinsen auf den Lippen, ne, weil der ist einfach süß, ne. Also wenn er dann diese Eier legt und dann sein legendäres BAM macht, ne, also irgendwie das nervt mich auch beim tausendsten Mal noch nicht. Im Gegenteil, ich finde es da immer noch süß und, ja, deswegen, ähm, ja, deswegen auch Yoshi einer meiner liebsten Nintendo-Charaktere. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt mal vergleichen würde, ne, Yoshis Crafted World gegen Yoshis Woolly World. Woolly World fand ich noch ein bisschen besser, muss ich sagen, ne, aber das ist jetzt Kritik auf ganz hohem Niveau. Aber Crafted World, ja, hat immerhin, ähm, es hier auf Platz Nummer 8 geschafft. Ja, jetzt habe ich ja gerade eben hier meine liebsten Nintendo-Charaktere aufgezählt und wir kommen jetzt, äh, aus meiner Top Dry sozusagen zum nächsten meiner liebsten Nintendo-Charaktere. Nämlich Luigi, der hat natürlich auch seine eigene Spielereihe, äh, spendiert bekommen. Und da gab es jetzt den dritten Ableger dann für die Switch, nämlich Luigi's Mansion 3. Und, ähm, ja, ich bin seit Stunde 1, ja, nicht ganz, ne, aber auf jeden Fall ein sehr früher Fan von Luigi's Mansion gewesen. Ich mochte das auf dem Gamecube seinerzeit schon echt gerne. Das war eines der ersten Spiele, die ich mir für meinen Gamecube gekauft habe, als ich mir den Gamecube dann so im 2006 rum, glaube ich, gekauft habe, ne, und, äh, fand das schon sehr, sehr gut. Dann war aber ein sehr großer Sprung schon, wie ich finde, von Luigi's Mansion 1 zu Luigi's Mansion 2, ne, was dann so das Gameplay angeht. Und, ähm, die Varianten und so weiter, auch der Umfang des Spiels und so. Und jetzt mit Luigi's Mansion 3 hat man dann nochmal einen draufgesetzt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich das gespielt habe. Spielt das in einem großen Hotel oder in einem großen Theater oder einfach nur in einem Hochhaus? Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir uns irgendwie von unten nach ganz oben durch die, äh, verschiedenen Etagen, äh, dieses Hochhauses dann, äh, vorgearbeitet haben. Und hier, ne, ich hab jetzt hier schon ganz oft das Level-Design von Nintendo gelobt. Hier muss ich es nochmal besonders hervorheben, weil was hier dann in die einzelnen Etagen so reingestopft wurde, auch so an Ideen, das ist schon aller Bonheur, muss man sagen, ne. Also wirklich jede Etage hat seinen ganz eigenen Twist, sein ganz eigenes Setting und dann kommen noch eigene kleine Gameplay-Mechaniken irgendwie mit hinzu. Große, äh, übergreifende Gameplay-Mechanik, die ja bei Luigi's Mansion 3 mit dazu gekommen ist, war ja Fluigi, ne, der halt, ja, so aus einer, äh, aus so einer Art, äh, Ektoplasma-Substanz besteht. Und sich dann auch durch, äh, Gitter durchzwängen kann und so weiter und so fort, ne. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall auch eine Menge Spaß gemacht und ich find's hier echt immer cool, dann auch die einzelnen Level wirklich bis auf das letzte kleine Geheimnis irgendwie versuchen, äh, abzugrasen und zu erforschen. Also da kann ich wirklich ganz, ganz viel Zeit mit verbringen und dementsprechend, ähm, ja, ist mein Progress dann leider auch ein bisschen langsam. Ich bin hier, glaub ich, bis in die fünfte Etage oder so gekommen, also ziemlich in der Mitte des Spiels bin ich gefühlt gewesen und hab's dann leider nicht weitergespielt, weil, glaub ich, wieder mal, wie das dann so ist bei Sammlern und Vielspielern wie mir, dann irgendein anderes Game dann irgendwie dazwischen kam und dann hab ich's einfach nicht weitergespielt. Ich hab jetzt vor kurzem das, ähm, HD-Remaster von Luigi's Mansion 2 auf der Switch ganz viel gespielt, auch das leider nicht zu Ende, aber hab da gemerkt, okay, du musst eigentlich dringend mal den dritten Teil nochmal reinschmeißen und den mal irgendwie zu Ende spielen. Ähm, ja, weil, ähm, ich hab beim zweiten Teil schon wieder so viel Spaß gehabt und ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Teil mir besser gefällt, ob mir der zweite oder der dritte besser gefällt. Im Moment, äh, bin ich noch so ein bisschen, äh, so, dass ich sage, der zweite war für mich ein bisschen besser, ähm, aber, ja, ist vielleicht auch nicht ganz fair, das zu sagen, weil ich beide Teile noch nicht bis zum Ende gespielt habe. Aber auf jeden Fall, Luigi's Mansion 3 hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand das auch von der Technik sehr beeindruckend, ne, also so von der Grafik weiß ich noch, fand ich das damals echt, ja, top-notch, ne, Also hätte ich der Switch damals gar nicht so zugetraut und, ähm, ja, deswegen, ne, Luigi's Mansion 3, ganz langsam, Luigi's Mansion 3 bei mir auf Platz Nummer 7. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Mario-Game, ne, also ich, ich trickse jetzt hier so ein kleines bisschen, ne, ich hab ja eigentlich gesagt, dass man hier so von jeder Franchise oder von jedem Charakter in dieser Top Ten jetzt eigentlich nur ein Spiel erwarten dürfte, aber ich hab jetzt, ne, so gedacht, okay, Paper Mario ist so Mario RPG und jetzt kommt halt ein Mario Jump'n'Run und zwar ist es auch das letzte Mario Jump'n'Run, was erschienen ist und zwar ist es Super Mario Bros. Wanda, ne, das kam ja im vergangenen Jahr, glaube ich, raus, ne, müsste 2023 gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das im Sommer oder im Herbst war, ähm, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, als es angekündigt wurde und man den Trailer gesehen hat, der ja da auch schon relativ viel verraten hat, ähm, dass ich da auch sofort verzaubert war von diesem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, ne, also bei mir haben auch diese Wanda-Samen quasi, äh, Wunder gewürgt und ich hatte da instant sofort, oh, entschuldigt bitte, sofort Bock drauf und wusste, dass das ein Day-One-Kauf wird und ich hab's auch relativ Day-One angefangen zu spielen und auch das hier ist wieder eine pure Kreativitätsgranate, ne, also was man hier so in die einzelnen Stages reingesteckt hat, ähm, ja, nicht nur, ne, mit diesen Fähigkeiten, die man hier hat, ne, man hat ja den, den, äh, Elefanten Mario, oh, wie putzig ist der denn bitte schön, ne, haben auch meine Frau und meine Tochter sofort gesagt, als sie den, äh, Elefanten Mario gesehen haben, oh, ist der süß, ne, und naja, dann hatten wir ja noch den Seifenblasen Mario und den Bohrer Mario, ne, also man hatte hier drei komplett neue Fähigkeiten und dann kamen halt noch diese Wunderblumen dazu, die dann innerhalb jenes Levels dann einen besonderen Effekt ausgelöst haben und da sind echt Sachen dabei, ne, ist echt wirklich der pure, pure Wahnsinn. Dann dazu kam noch dieses System mit dem Abzeichen, äh, wo du dir immer eins aussuchen konntest, wo du dann eine besondere Fähigkeit irgendwie hattest und die konntest du dann halt auch immer so ein bisschen durchwechseln vor den Leveln. Ich muss sagen, das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, ne, ich mein, hat sicherlich dazu beigetragen, dass das Gameplay ein bisschen variantenreicher ist, aber ich muss gestehen, dass ich mich damit nicht so sonderlich beschäftigt habe, ähm, aber auch so machte das schon eine ganze Menge Spaß und, äh, ja, wirklich ein superfluppiges Game, auch von der Grafik muss ich auch sagen, ne, sah das wirklich auch noch richtig, richtig gut aus, ähm, und, ja, ich hab das leider auch nicht so ganz weit gespielt, glaube ich, so ungefähr bei der Hälfte dürfte ich da, äh, stecken geblieben sein, also ich hab's, glaube ich, so vier Stunden gespielt, aber es geht ja auch nicht so ganz lang, ne, also ich weiß, so in sechs Stunden kann man das durchhaben und da hat sich ja damals auch so eine kleine Diskussion dann dran, äh, entbrannt oder entzündet quasi, ne, ist dieses Spiel ein Vollpreisspiel, ne, weil es ja relativ kurz ist, in Anführungsstrichen, ne, soll man für so ein Spiel 60 Euro oder meistens ja dann doch eher 50 Euro bezahlen? Und, ähm, ich muss sagen, ja, weil da wirklich eine ganze Menge drinsteckt und man wirklich merkt, dass die Entwickler sich da wieder ganz, ganz viel Mühe gegeben haben und das nicht einfach irgendwie so ein, so ein Cash-Grab ist und gefühlt mehr so ein Stand-Alone-DLC oder irgendwie sowas, ne, also nein, das ist auf jeden Fall Vollpreis wert und es ist wert, bei mir auf Platz Nummer sechs dieser Liste zu stehen. Ja, nach oben wird die Luft ja immer dünner, ne, und jetzt kommen wir hier nämlich in die Top Five und da habe ich mich teilweise echt ein bisschen schwer getan, die Spiele dann so zu ranken, ähm, aber ich habe jetzt hier auf Platz Nummer fünf mich dann für ein Spiel entschieden, was es tatsächlich ein bisschen schwer hatte, bei mir hoch im Ranking zu landen und das, obwohl ich es, glaube ich, von meinem Switch-Games mit Abstand am meisten gespielt habe und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, es dann aus den etwas niedrigeren Rängen jetzt hier auf Platz fünf hochzuziehen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, welches Switch-Spiel könnte das denn sein, was der Mirko denn so am längsten gespielt hat und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so, die eine Switch haben, dass ja Animal Crossing New Horizons ganz, ganz viel Zeit, ähm, ja, geschluckt hat irgendwie auf eine ganz charmante Art und Weise, aber auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Dieb irgendwie, ne, dass man irgendwie sich so gedacht hat, okay, warum habe ich denn jetzt schon wieder drei Stunden mit Animal Crossing verbracht? Ich wollte auch nur mal ganz kurz auf die Insel gucken, irgendwie, ob noch alles schick ist und so und jetzt bin ich hier schon wieder die ganze Zeit unterwegs gewesen, habe irgendwie Käfer gefangen, Fische geangelt, äh, habe, äh, Obstbäumen rumgewackelt, habe irgendwie ein paar Sachen gecraftet oder so, ne, und bin dann wieder auf irgendeine andere Insel noch gegangen, ähm, ja, ne, das ist irgendwie mir ganz, ganz oft so gegangen, dass ich wirklich gedacht habe, okay, guck's jetzt nur mal einmal so rein und dann habe ich doch wieder irgendwie Sternis gefarmt oder so, ne, oder hab dann irgendwie wieder, äh, mein, mein Haus umgestellt oder so und einen Raum dann irgendwie umgestaltet mit irgendwelchen anderen Möbelstücken und so weiter. Oder Nintendo hat das ja auch echt ganz gut gemacht, muss man sagen, die haben diese Spiele ja eine ganze Zeit immer mit Content weiter versorgt, ne, also, da wurde ja ganz viel hinzugefügt und es wurden zu jeder Jahreszeit irgendwie diverse Feste gefeiert, ne, also, man hat dann auch die kalendarischen Feste mitgenommen, Ostern zum Beispiel, ich muss immer noch an Os der Hase denken, auch mega witzig irgendwie, Halloween habe ich hier bei Animal Crossing gefeiert, Landunter hieß übrigens unsere, unsere Insel hier, und, äh, Weihnachten und, ach, ich weiß nicht, was noch alles, irgendwelche Blumenfeste und Tralala und, ah, also, die haben das wirklich ganz geschickt gemacht und das Spiel ist wirklich mega charmant und ist einfach so smooth und cozy, das ist wirklich das perfekte, ja, Chill-Out-Game auch irgendwie, ne, wenn man mal so wirklich sich so eine Stunde am Controller runterchillen und erholen möchte, dann, ja, schmeiß mal Animal Crossing rein, wirkt Wunder, also bei mir auf jeden Fall. Und auch meine Tochter hat es viel gespielt, das war, glaube ich, eines der ersten Games, die sie wirklich gespielt hat, ne, im Alter von drei Jahren oder so, glaube ich, ne, wo sie dann so ein bisschen über die Insel gelaufen ist, sie hat es immer so ein bisschen gestört, in Anführungsstrichen, dass du ja ganz viele Gegenstände, Möbel und so weiter kaufst und die dann aber nicht so wirklich benutzen kannst, ne, also sie wollte dann halt immer so spielen, ja, ich gehe jetzt zu Hause irgendwie auf Toilette, dann lege ich mich in die Badewanne, dann gehe ich irgendwie pennen und, ne, also wie Kinder sowas dann halt so spielen, ähm, ja, aber ansonsten hat sie da auch eine ganze Menge Spaß mit gehabt und spielt jetzt ab und zu immer noch mal ne, äh, ne Partie Animal Crossing. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr drin gehabt, aber ich dürfte hier insgesamt auch so bei 150 Stunden plus gewesen sein und ich kenne Leute, die haben da sechs, sieben, 800 Stunden reingeballert, also, ja. Ja, Animal Crossing, Platz fünf, hochverdient, wirklich ein richtig, richtig chilliges, rundes Spielerlebnis. Ja, wenn ich hier Medaillen vergeben würde, dann käme jetzt der undankbare vierte Platz, ne, man spricht da auch immer so ein bisschen von der Blechmedaille, ne, aber hier ist es irgendwie ganz passend und auch eine Auszeichnung für das Spiel. Zum einen, es ist der vierte Eintrag in die IP dieser Reihe und, ähm, es ist ein Spiel, wo ich ganz lange, äh, irgendwie dann doch arg Zweifel hatte, ob wir dann überhaupt noch einen neuen Ableger bekommen, nachdem er schon für die Wii U ursprünglich angekündigt worden war. Ähm, ich rede hier natürlich von Pikmin 4, ne, also wie gesagt, es wurde damals eigentlich schon für die Wii U angekündigt, dass Pikmin 4 kommen wird und dann hat man ganz, ganz lange nichts von Pikmin 4 gehört und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann war das denn, 2022 oder 2023, war es dann auf jeden Fall soweit, ne, dass wir dann hier in einem Trailer gesehen haben, dass wir nicht nur, ähm, ich glaube, war das Ports von 1 und 2 noch irgendwie bekommen, und, sondern auch noch Pikmin 4. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge der Ankündigung in seiner Zeit gewesen ist. Ich weiß aber noch, dass Pikmin 3 schon lange von der Wii U auf die Switch, äh, rüber, äh, geportet wurde. Naja, und auf jeden Fall Pikmin 4, der Trailer, hab ich mich mega drüber gefreut, weil, ähm, Pikmin 3 auch so eines meiner liebsten Nintendo-Spiele ist tatsächlich, ne. Ich mag diesen Loop, äh, total gerne, diesen Gameplay-Loop. Erstmal in diesem Garten, äh, unterwegs zu sein mit dem kleinen Uli Mahne und dieses, äh, Liebling, ich habe die Kinder-Geschrumpft-Feeling dann da irgendwie so zu erleben, ne. So als kleiner, ähm, ja, Protagonist hier in dieser großen, übergroßen Gartenwelt sich dann mit diesen ganzen Insektenartigen, äh, Gebilden und Pflanzen und so weiter hier so auseinanderzusetzen und den Garten dann Quadratzentimeter für Quadratzentimeter zu erforschen und weiter zu erobern. Und, ähm, es ist ja dann, wenn du dann mit dem Pikmin hier unterwegs bist, ne, die dann ihre verschiedensten Fähigkeiten haben, ja tatsächlich auch so ein bisschen Metroidvania-mäßig, ne, wenn du dann neue Fähigkeiten bekommst, dann wenn du die Wasserpikmin bekommst, die dann schwimmen können oder so, dann kannst du in dem Gartengebiet, wo du vorher gewesen bist, dann neue Areale irgendwie betreten und so, ne. Und so bist du dann ständig auch so ein bisschen am Erforschen von, ähm, Sachen, die du vorher schon gesehen hast, aber wo du noch nicht hinkonntest, ne. Also dieses Metroidvania-Ding haben sie ja tatsächlich auch schön reingemacht. Ich mochte tatsächlich auch Oachin, hieß, glaube ich, der Hund sehr gerne, ne. Ne, der hat das Spiel noch so ein bisschen beschleunigt, äh, tatsächlich und, äh, war eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Dann gab's ja hier noch, äh, einige neue Pikmin-Arten. Ich glaub, mittlerweile gibt es acht verschiedene Pikmin, wenn ich das richtig, äh, überblicke. Ähm, dann die Gartenareale waren hier sehr, sehr groß, wirklich, ne. Also da gab's wirklich eine ganze Menge zu erforschen. Plus dann noch diese Höhlensysteme, die dann hier der Garten dann irgendwie geboten hat und so. Ähm, ja, ich, ich hab da echt auch ganz viel Zeit reingesteckt. Auch da, ich hab's leider nicht durchgespielt, aber hab so, ich glaube, so 15 bis 20 Stunden müssten's schon gewesen sein mit dem Spiel verbracht. Hab mir echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Auch das fand ich technisch sehr beeindruckend. Also von der Grafikqualität her, wenn ich noch, äh, dran denke, wie zum Beispiel das Wasser hier aussah, ne. Also auch das hätte ich der Switch, äh, nicht zugetraut. Und ja, bin ich froh, ähm, dass wir Pikmin 4 bekommen haben. Ich hoffe sehr, dass das auch ein Hit gewesen ist. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen so gewesen sind, dass wir dann irgendwie auf der Switch 2 oder was auch immer der Nachfolger werden wird, dann ein Pikmin 5 bekommen werden. Weil ich liebe die Pikmin-Reihe. Ich müsste eigentlich den ersten und den zweiten Teil nochmal nachholen. Die hab ich tatsächlich beide auch noch für meinen Gamecube. Aber gibt's ja jetzt auch, wie gesagt, ne, für die, äh, Switch mittlerweile. Da müsste ich auch nochmal reinschauen. Aber ja, erstmal vielleicht doch mal Pikmin 4 durchspielen. Mein Platz 4. Tja, jetzt sind wir auf dem Treppchen angekommen. Und, ähm, wir haben jetzt hier noch Spiele, wo ich vielleicht sogar sagen würde, wenn ich sie bewerte, dass das für mich so 10 von 10 Spiele sind, ne. Also die wirklich eine nahezu perfekte Bewertung von mir bekommen würden. Und die, glaube ich, auch von der Journalie geteilt wird, diese Bewertung. Also zumindest hohe 90er-Wertungen haben diese Titel alle bekommen. Und jetzt kommt ein Spiel auf Platz 3, was bestimmt bei vielen auch auf Platz 1 wäre. Aber das kann man, glaube ich, über alle diese drei Spiele sagen, die jetzt hier noch kommen. Wobei Platz 2 bin ich mir nicht so ganz sicher. Ist vielleicht noch ein bisschen mehr special. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Machen wir aber erstmal weiter mit meinem Platz 3. Und ich tippe mir hier nochmal auf mein Cappy. Und dann wisst ihr es schon, ne. Es ist natürlich Super Mario Odyssey. Ähm, der 3D-Mario-Ableger, ne. Auch hier hab ich jetzt wieder ordentlich getrickst. Jetzt haben wir nämlich schon ein Mario RPG hier drin gehabt. Wir hatten ja schon ein Mario Jump'n'Run jetzt hier, ne. Und jetzt haben wir ein Mario 3D Jump'n'Run. Ich bin ganz schön clever, ne. Oder habt ihr gedacht, dass Mario Odyssey hier nicht mit in diese Liste gekommen ist, nachdem ich hier Wanda gezückt habe, ne. Natürlich nicht. Mario Odyssey war einer der System-Seller auf jeden Fall. Und ist es wahrscheinlich noch bis heute, ne. Für die Nintendo Switch und eines der besten Switch-Spiele. Und auch hier, ne. Also, ich wiederhol mich hier. Aber hier trifft's nochmal wirklich ganz besonders zu, ne. Was Nintendo hier in die einzelnen Level reingesteckt hat, ne. Also, das ist echt der Wahnsinn. Da gibt es so viel zu entdecken. Und durch Cappy auch so viele Fähigkeiten, die man dann hier noch an die Hand gegeben bekommt, ne. Dadurch, dass du halt durch Cappy, wenn du schleuderst, dann halt sämtliche Gegner übernehmen kannst. Und dadurch wird das Gameplay-Feld noch einmal so breit, ne. Und es ist aber auch so durchdacht. Und auch in diesen oftmals gar nicht so großen Leveln, wie gesagt, steckt so viel drin. Und auch wenn man's durchgespielt hat, ich hab echt Bock gehabt, dann nochmal aufzubrechen und mir diese ganzen Monde dann hier nochmal zu holen. Ich hab mir tatsächlich sogar so ein Lösungsbuch für Super Mario Odyssey gekauft. Und nicht nur das, ich hab mir auch die drei Amiibos gekauft. Die konnte ich jetzt leider nicht sehen. Ich hab ja hier hinten mein Gaming-Regal ein bisschen aufgeräumt. Aber die stehen da oben im Regal drin auch, ne. Das mach ich auch nicht bei jedem Spiel. Also da hatte ich schon das ganz, ganz tiefe innere Bedürfnis, dem Spiel noch mal so huldigen zu müssen. Und ich hab's tatsächlich auf meinem alten YouTube-Kanal damals let's played. Ich glaub, in 26 Folgen, eine halbe Stunde ungefähr, hab ich die Main-Story seinerzeit durchgespielt. Und ganz, ganz oft hab ich wirklich einfach nur im Kreis gegrinst, weil das wirklich Gameplay-Perfektion ist, muss ich sagen. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und das hab ich tatsächlich auch mal durchgespielt. Jawoll! Und ich hab's dann sogar ein zweites Mal durchgespielt. Und bin dann, wie gesagt, auch noch mal auf die Jagd nach den Monden gegangen. Hab aber natürlich bei Weitem nicht alle gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele. Aber auf jeden Fall, ja, ich hab's zweimal durchgespielt. Hab's dann noch eine ganze Zeit weitergespielt. Also größere Auszeichnungen gibt es von mir fast nicht, die ein Spiel so erlangen kann. Und ja, Super Mario Odyssey einfach wirklich, ich würd fast sagen, für mich eine 10 von 10. Und trotzdem nur Platz 3 hier auf meiner Switch-Liste. Also, naja, wird da wohl noch einiges kommen. Auf Platz 1 und 2 logischerweise. Aber ja, hochverdienter Platz 3. Oder vielleicht Platz 1 C, wenn ich jetzt mal so ein bisschen da auch mogeln dürfte. Also, ja, ich find's einfach richtig, richtig gut. Ja, jetzt hab ich ja eben schon so ein bisschen gespoilert, ne, bei der Silbermedaille, dass ich da jetzt vielleicht ein Spiel habe, wo ich zwar auch sage, für mich irgendwie nahe an 10 von 10 dran. Aber das ist, glaub ich, ein bisschen mehr Special Interest, weil ich doch einige Leute kenne, die mit dieser Spielereihe so ihre Probleme haben. Ich zeig jetzt erst mal das Spiel. Es geht um Metroid Dread. Und ich kenn tatsächlich einige Kollegen, die, ja, Metroid nicht so gerne mögen. Also, der Finchie fällt mir da an der Stelle auf jeden Fall ein, aus Finchies Welt. Oder der Tommy von Bissier Tommy, ne, der tatsächlich zumindest noch kein Metroid-Game gespielt hat bisher. Was jetzt ja auch ein bisschen dafür spricht, ne, dass ihn das nicht so triggert und nicht so reizt. Ähm, aber ich kenne auch einige andere Leute, die sich zum Beispiel Samus auf den Unterarm tätowiert haben oder so, ne, die auch ganz große Fans der Reihe sind. Und, ähm, bei mir, ja, ich bin ein bisschen spät zu der Reihe gekommen, aber irgendwie auch nicht. Ich, ich hab damals, äh, Ende der 80er tatsächlich das erste Metroid auf dem NES schon ein bisschen gespielt und fand das damals irgendwie auch sehr cool und beeindruckend. Aber dann hab ich jahrzehntelang irgendwie Samus gar nicht mehr angefasst, sozusagen. Und bin dann tatsächlich erst wieder mit der Reihe so ein bisschen in Berührung gekommen. Auf dem 3DS mit Samus Returns, ne, was ja auch von, äh, Mercury Steam heißt das Entwicklerstudio, glaube ich, ne, seh ich das hier auf Verpackung. Aber ich hoffe, dass ich den Namen jetzt gerade nicht verwechsel, kann ja bei mir immer mal passieren. Ne, auf jeden Fall auf dem 3DS bin ich dann erst mal wieder so ein bisschen damit in Berührung gekommen. Dann hab ich Metroid Prime 1 nachgeholt und hab's Let's Played und durchgespielt. Und, ähm, ja, seitdem bin ich in Love tatsächlich mit der Metroid-Reihe und hab mich tierisch über Metroid Dread gefreut. War ein bisschen skeptisch, ob mir das wirklich gut gefallen würde, weil ich so ein bisschen Angst hatte, in Anführungsstrichen, vor dem Gameplay-Element der Emmy, ne, diese, ähm, Roboter, die einen hier dann, äh, durch manche Abschnitte der Level, äh, verfolgen. Und die du halt nicht töten kannst, wo du dann auf der Flucht bist. So ein bisschen Alien-Isolation-Vibes, äh, könnte man da verspüren, eventuell an der Stelle. Ich muss aber sagen, dass sich das dann nicht so schlimm, äh, angefühlt hat, im Gegenteil, äh, wie ich es dann befürchtet habe, sondern dass es tatsächlich ein angenehmer Nervenkitzel dann so auch immer war, ne, dann vor den Emmy zu flüchten, sie dann irgendwann auch mal zu dem Punkt zu kommen, sie dann bekämpfen zu können, was aber trotzdem auch gar nicht so einfach war. Und ich fand die vom Design her, ähm, auch immer sehr, sehr cool und sehr beeindruckend, was sich übrigens auf das ganze Spiel übertragen lässt, aus meiner Sicht, ne. Also, ich finde, dass Metroid Dread eine nahezu perfekte Metroidvania-Level-Struktur hat, weil es irgendwie schafft, ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, aufzumachen, wo du halt auch weißt, ne, okay, ne, da bräuchte ich jetzt einen Double-Jump, da kann ich jetzt nur als Ball mit Superbombe irgendwie durch oder so, ne, und so weiter, ne. Also, ganz, ganz viele Möglichkeiten aufzumachen, dich aber, äh, parallel dazu, ähm, trotzdem ganz intuitiv immer zur richtigen Stelle durchzulotsen, ähm, so dass du eine Ahnung hast, wo du jetzt, äh, ja, wirklich weiterkommst und das ohne, dass das Spiel dir ständig irgendwie alles vorkaut und dir irgendwelche Markierungen, äh, vor die Nase setzt oder irgendwelche aufdringlichen Sidekicks dir an die Seite stellt, die dann immer sagen, nee, du musst jetzt aber hier oben links lang und so weiter, ne. Also, das haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht, plus das superfluppige Gameplay, ähm, oh, das war wirklich ein, äh, ein richtiger Rausch, in Anführungsstrichen, Metroid Dread durchzuspielen. Das hab ich tatsächlich auch durchgespielt und ich fand's richtig stark. Richtig coole Bosskämpfe mit dabei, ähm, ich fand auch die, äh, Welt, ähm, mit den unterschiedlichen Abschnitten vom Design her richtig, richtig toll, ähm, boah, also für mich wirklich auch nahezu eine 10 von 10, wenn ich es dann bewerten müsste und dementsprechend ganz verdient die Silbermedaille Platz 2 in meiner, äh, Top 10 von meinen liebsten Nintendo Switch Games. Ja, Platz 1, denke ich mal, ist jetzt keine große Überraschung mehr und auch kein großes Geheimnis, ne. Das ist natürlich One-Two-Switch, ne. Auch wie hab ich dieses Spiel geliebt, wie viele Euter hab ich gemolken, wie viele Eiswürfel gezählt und, äh, wie viele, ich weiß gar nicht, äh, Schwertduelle hab ich gemacht. Gar keine, glaub ich. Bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt gerade die richtigen Minispiele für One-Two-Switch aufgezählt habe. Nein, Platz 1 ist natürlich, ähm, Zelda geworden, The Legend of Zelda und ich habe mich jetzt hier für Breath of the Wild entschieden. Das war jetzt gar nicht so leicht dann, ne, zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zu wählen. Es hat beides so, ähm, ja, für und wieder und performt beides auf ganz, ganz hohem Niveau. Also wir sind hier wieder im Bereich 10 von 10 bei mir auf jeden Fall unterwegs. Ähm, ich habe jetzt Breath of the Wild genommen, weil das für mich einfach ein First-Moment war, ne, zum ersten Mal hier in dieses, äh, Hyrule hier aufzubrechen in Breath of the Wild. Das war damals ein absoluter Jawdropper, sagt man das so? Also mir ist die Kinnlade runtergefallen, will ich damit sagen. Ich war mega beeindruckt und ich fand die Art und Weise, wie Nintendo hier das Open-World-Gameplay interpretiert hat, einfach auch fantastisch gut, muss man sagen, ne. Du hast hier so viel Freiheit in Breath of the Wild und kannst gefühlt in alle Ring, äh, Himmelsrichtungen, du kannst dir alles zu jeder Zeit irgendwie gefühlt sofort angucken. Es gibt natürlich so ein paar Limitierungen, ne. Also natürlich, ne, wenn du in manche Gebiete gehst, dann wird es ein bisschen schwieriger, ne, und da musst du vielleicht doch vorher irgendwie erstmal so ein paar, ähm, hier sag schnell, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Schreine machen, ne, um dann vielleicht deine Lebensenergie oder Ausdauerleiste ein bisschen auszubauen oder du solltest vielleicht doch, äh, den ein oder anderen Titanen besiegt haben, bevor du dann, äh, zum, äh, Bossgegner aufbrichst. Aber das ist halt alles optional, ne. Also wenn du willst, dann kannst du überall zu jeder Zeit gefühlt hin, na gut, Hitze und Kälte machen auch noch so ein bisschen was aus, ne, aber, ja, du machst dir so dein ganz eigenes Abenteuer und hast dir auch wirklich das Gefühl, was Metroid Dread übrigens auch sehr schön vermittelt, ne, dass du wirklich in dieser Welt alleine unterwegs bist und dein eigenes Ding irgendwie machst, ne, und dann halt, ja, ne, machst, worauf du Bock hast und wie du meinst, dass es irgendwie am besten hinhaut und, ja, und, äh, ich muss auch sagen, die Schreine fand ich super beeindruckend, dass es, ich weiß gar nicht, wie viele Schreine es hier gab, aber es waren auf jeden Fall über 100, ne, waren es nicht irgendwie 150, 160, ich bin mir nicht so ganz sicher und dass jeder Schrein irgendwie so sein eigenes, äh, seinen eigenen Kniff hat, ne, dass du deine eigenen, ähm, ja, die eigenen Gameplay-Mechaniken hier so benutzen musst, ne, du hast ja hier verschiedene Sachen, die du hier, äh, dann an die Hand gegeben bekommst relativ schnell, ne, ähm, die dann so diesen besonderen Gameplay und Dungeon-Elemente dann so ausmachen, ne, und die dann hier so auszuprobieren, dann im Kleinen oder halt im Größeren, wenn du dich dann mit diesen Titanen beschäftigt hast, ich weiß noch, dass einige die Titanen nicht so cool fanden, dass die sich lieber richtig klassische Dungeons gewünscht hätten, ja, kann ich nachvollziehen, ich muss aber auch sagen, dass die Titanen irgendwie auch was für sich hatten und dass ich die vom Design her eigentlich auch sehr cool fand, ja, und ich hab mich in dieser Welt wirklich verloren, muss ich sagen, ne, also ich hab das Spiel, glaub ich, so insgesamt fast für 200 Stunden gespielt, ich hab's einmal durchgespielt und hab's dann nochmal angefangen, weil ich, äh, auf das perfekte Ende hin arbeiten wollte, es gab ja dann hier diese, ähm, Fotos, die du machen konntest, ich glaub, es waren zwölf, ne, also an ganz neuralgischen Punkten in der Spielwelt, ähm, und, ähm, ja, das hatte ich halt beim ersten Durchlauf nicht geschafft und wollte es dann beim zweiten Durchlauf machen, weil ich dann halt noch das, äh, ja, bessere Ende quasi bekommen hätte, aber hab ich leider nicht geschafft, ich hab mir auch den, ähm, war's ein Season Pass oder DLC noch gekauft, da gab's ja noch diese Master Schwert Quest, da hab ich mich tatsächlich auch ein bisschen länger mit beschäftigt, das hat auch Spaß gemacht, dann diese Stages dann quasi blanko zu beginnen und dann mit dem, was du dann in diesem Bereich dann da findest, dich dann versuchen, da so durchzuschlagen, war dann aber ein bisschen schwer, ja, da bin ich nicht so ganz weit gekommen, ähm, aber ja, ich fand's wirklich faszinierend, ich fand das, wie gesagt, ne, noch ein bisschen besser als Tears of the Kingdom, wobei bei Tears of the Kingdom, ich fand da die, äh, Ultrahand und sowas zum Beispiel, das war noch ein bisschen kreativer, ich fand, äh, bei Tears of the Kingdom die Story ein bisschen besser, die hat mich ein bisschen mehr reingezogen, die fand ich hier bei Breath of the Wild tatsächlich relativ sekundär, muss ich sagen, also deswegen hab ich's nicht gespielt, aber, ja, alleine sein eigenes großes Abenteuer hier in Hyrule zu erleben, hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht und hat wirklich meinen Entdeckerdrang zu neuen Höhen beflügelt und deswegen, ja, war für mich eigentlich ganz klar, dass Breath of the Wild hier bei mir auf Platz 1 sein muss, ist ja irgendwie auch, ja, ein cooles Statement und wahrscheinlich auch ein Teil der Erfolgsgeschichte der Nintendo Switch, dass dieses Spiel ja auch ein Launch-Titel für die Switch war, ne, und dann mit so einem richtig starken Titel dann eine Konsole quasi zu starten oder an den Start zu schicken, das war auf jeden Fall ein richtig guter Move und hat der Switch allgemein sehr gut getan und, ja, hat bei mir und bei ganz, ganz vielen anderen Leuten halt auch dazu geführt, ja, Breath of the Wild extremst abzufeiern und, ja, Tears of the Kingdom fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Add-on, muss man sagen, dadurch, dass es auch so ein bisschen in der gleichen Welt spielt, auch wenn die ein bisschen angepasst wurde und dass du da auch eine Himmelsebene und die Unterwelt-Ebene dann dazu bekommen hast, ne, aber, ja, trotzdem, das hier war halt das erste Mal hier in Hyrule 3D in diesem Stil, ich mag auch den Grafikstil tatsächlich sehr gerne und, ja, dementsprechend hat das wirklich mehr als Eindruck hinterlassen bei mir und ist mein allerliebstes Switch-Game. Jo, cool, so, das waren jetzt meine Top 10 Nintendo Switch-Games, jetzt ist hier natürlich ganz viel nicht dabei gewesen, ne, ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen von euch ein Splatoon mit reingegangen ist, zum Beispiel, oder Mario Kart 8 Deluxe, oder ein Smash Brothers, oder, 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 ne, also es gibt noch ganz, ganz viele weitere Switch-Games, ich denke mal, meine Top 10, die ist relativ final, also ich glaube ja jetzt, so ganz viel wird für die Switch ja nicht mehr kommen, ich bin mal gespannt, wie das neue Zelda, Echoes of Wisdom, habe ich mir den Namen diesmal richtig gemerkt? ich glaube schon, ähm, das könnte vielleicht noch damit reinrutschen, dass, da sehe ich Potenzial, sonst so Sachen wie Mario Party oder so, das ist mehr was für meine Frau und mein Kind, ähm, ansonsten, weiß ich nicht, mal gucken, was wir noch so bekommen, wir bekommen ja noch Prime 4, aber ich denke, dass das eher so ein Cross-Release wird, tatsächlich, dass das auch auf der neuen Nintendo-Konsole veröffentlicht wird, und ich werde es dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, dann auch eher da spielen, als auf der Switch, ne, aber, ja, also, man muss wirklich noch mal sagen, oder ich möchte auf jeden Fall noch mal sagen, danke, ne, Nintendo, äh, an die Nintendo Switch, wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Stück Hardware, wenn man auch mal bedenkt, von der Leistung her, dass die Switch, ähm, deutlich unter der Performance von der Xbox One oder von der PS4, ne, von den Standard-Versionen liegt, ähm, aber durch den super Support von Nintendo halt wirklich es geschafft hat, ähm, ja, fast in allen Gamer-Zimmern irgendwie ein großes, Thema zu sein, bis heute tatsächlich, ne, wo die Switch jetzt ja wirklich noch mehr outdated ist, was die Technik angeht, ähm, aber so eine große Relevanz zu haben und so eine Erfolgsstory für Nintendo, einfach schön, muss man auch mal sagen, an der Stelle, dass es sowas auch gibt, ja. Gut, Leute, alles klar, ich bin mal gespannt, ne, ähm, schreibt mir gerne mal eure liebsten Switch-Games in die Kommentare, ne, mal gucken, was da so genannt wird, vielleicht ja noch so das ein oder andere Ding, was ich hier noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, Xenoblade wäre vielleicht noch Fire Emblem und so, aber das sind nicht so meine Franchises bisher, aber, ja, kann ja sein, dass das bei euch eine größere Rolle gespielt hat. Gut, alles klar, dann bin ich jetzt auch raus, ne, ganz lieben Dank, dass ihr hier reingeschaut habt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video hier wieder mit am Start seid und bis hoffentlich dann, sag ich dann jetzt erstmal, Tschö mit euch! 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 Bis zum nächsten Mal.